Mein Name ist Indra Hellmann, ich bin Pflegedienstleitung im ambulanten Pflegedienst bei den Johannitern in Duisburg-Rheinhausen. Ich habe 2015 im Johanniter Altenheim angefangen zu arbeiten. Ein halbes Jahr später ist mir die Chance gegeben worden, dass ich als Wohnbereichsleitung arbeiten konnte. Seit einem Jahr bin ich jetzt Pflegedienstleitung im ambulanten Pflegedienst. Die Weiterbildung haben die Johanniter mir ermöglicht und ich bin dahingehend auch immer unterstützt worden. Wir haben ein sehr familiäres Arbeitsumfeld. Wir geben uns Mühe, dass wir die Dienstplangestaltung sehr flexibel gestalten. Was bei uns sehr speziell ist, im ambulanten Pflegedienst bei den Johannitern arbeiten die Mitarbeiter nur jedes dritte Wochenende im Monat. Was bei uns sehr speziell ist, dass wir die Dienstplagenten über die Wiede Ehreignisse, dass wir die hier dritte Wochenende in der Hand haben müssen, aber dass wir die Dienstpläge gefunden haben können. Vielen Dank.